Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen hat seinen Austritt aus der CDU angekündigt. Der Vorsitzende der rechtskonservativen Werteunion sagte der Website NEOS, er werde seinem Kreisverband an diesem Freitag seinen Austritt mitteilen. Am vergangenen Wochenende hatte die bisher als Verein eingetragene Werteunion auf Wunsch Maaßens die Umwandlung in eine Partei beschlossen. Sie soll bereits bei Wahlen in diesem Jahr antreten. Gegen Maaßen hatte die CDU-Führung schon vor knapp einem Jahr ein Parteiausschussverfahren eingeleitet. Begründet wurde das Vorgehen damit, dass der 61-Jährige fortlaufend gegen die Grundsätze und Ordnung der Partei verstoße und immer wieder Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen gebrauche.